Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog von mir. Ja, ich bin wieder unterwegs mit meiner Schwester. Wir sind jetzt hier gerade bei der Arztpraxis und sie geht schnell Medikamente holen für meine Mutter und für sich selbst. Genau, dann gehen wir weiter einkaufen. Ja, wir sind uns noch unschlüssig, wo genau einkaufen. Aber ich denke, es wird wohl der Aldi werden. Ja, mal schauen. Ich nehme euch mit natürlich. Bis später. Also, zeig Timo. Zeig dich. Zeig dich. Wir sind im Aldi. Oh, Mini Red Bull. Delfin. Paprika-Delfin. Ja, hallo zusammen. Es ist jetzt Samstag, genau. Samstag, den 18. Mai um 8 Uhr und etwas morgens. Genau. Ja, ich bin jetzt unterwegs auf dem Friedhof. Ich gehe jetzt das Grab von meinem Vater anpflanzen. Und ja, ich zeige euch dann das Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt es. Inschallah. Genau. Also, bis später. Also, so sieht das Grab meines Vaters an. Oh, Astagfirullah. Ja. Das hat gewuchert. Ein Wuchergeromb. Ei, ei, ei. Aber es ist wunderschönes Wetter. Und sehr friedlich. Ich bin ganz alleine hier. Bis jetzt. Genau. Hier sieht man noch den Nebel. Und Dämpfe von Fabriken. Und dem Strombunker. Genau. So, aber jetzt dann die Arbeit, sonst werde ich nicht mehr fertig heute. Also, mein Werk ist vollendet. So sieht es jetzt aus. Genau. Bis später. Dämpfe von Fabriken. Nein. Also, wir sind unterwegs. Fleisch einkaufen. Genau. Rachmona ist auch am Start mit ihren Pikachu und... Bubble Tees. Bubble Tees. Okay. Also, was auch immer. Und Kleidung. Ja. Genau. Also, wir sind angekommen. Was machst du, Rachmona? Ja, Parkplätze gibt es jetzt nur noch hinten. Ah. Was ist wirklich? Okay. Das ist jetzt hier in Burs. Nein. Hier ist noch ein Take-A-A-Way. Also, ich habe jetzt drei Kilo Hackfleisch, ein ganzes Pule und noch Puleschenkel, zwei Kilo. Dann habe ich natürlich hier Simi, darf nicht fehlen. Dann Käse zu trinken. Haribo. Hier noch Weichkäse. Wir sind bei der Kinderärztin. Rakhuna. Oh je, oh je. Wir sind im Kindesspital. Rakhuna musste ihre Lunge röntgen. Wir sind in der Zeit. Jeden. Wir sind in der Zeit. Wir sind in der Ballon. bekommen. Eine Belohnung. Eine Belohnung, eine Belohnung. Genau. Am Warten und Warten. Hier hat es ein Aquarium. Hier eine Zeichnung. Spielzeug. Auf einem Fischchen. Zu malen. Auf einem Fischchen. Netflix-TV. Wir sind beim Augenarzt. Die Kuhner geht es ein bisschen besser. Aber jetzt muss ich noch zum Augenarzt. Die Kuhner geht es ein bisschen besser. Die Kuhner geht es ein bisschen besser. Die Kuhner geht es ein bisschen mehr.